Jo Leute, und damit willkommen zurück zu Sparks Challenge mit Flash-Shooter. Ja, ne Bekloppten. Mann, wo ist das scheiß Villager? Einloggen. Ach, ich bin schon längst drinne wieder. Ne, ich nicht. Ja, du quarkst immer, ne? Ja. Du sparkst immer. Oh, sehr schlecht. Beim letzten Mal habe ich hier ausgeloggt und jetzt heißt das erstmal gucken, was wir denn so schönes in den Truhen haben. Weißt du, was ich jetzt mache? Das ist ohne Witz, ich tausche das gegen die Äpfel ein. Okay. Weil da kann ich nämlich zwei Punkte abhaken. Nämlich Äpfel und... Ja, und Leute, ich weiß, ich habe das auch gerade gesehen, dass da noch, dass der eine Melon getauscht hat. Ja, verzaubertes Buch. Schutz 3, Halbbarkeit 3, Nemesis der Geflügelte 4. Nein. Als Buch oder was? Oder als Schwert? Als Buch. Hä, wie kann der das denn machen? Frag mich nicht. Aber ich glaube, das war sogar neu. Okay. Ähm, was hau ich denn da weg jetzt? Ich hau erstmal ein paar Kühe weg. Nach, die zieht's kann weg. Zack. Ähm, Knochen. Ähm, Knochen. Die nehme ich natürlich mit. Knochen. Hä, hä. Heiserne Pferdeberüstung. Äh. Und Sattel. Cheater. 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 Oh, und dann wird's. Du Cheater stopp. Und dann tschüss, Eisenbahn. Ist ja noch eine Kuh da, ist noch eine Kuh. Komm. Komm mal her, Lieber. Komm, ihr Holzachs kann weg. Schisspulver. Ja, das ist nicht wahr, ey. Egal, wie das hab ich schon mit euch getauscht. Komm, Schisspulver haben wir weg. Schisspulver? Mhm. Schisspulver. Noch zwei Smaragde. Ey, du hast da so ein Schweineglück mehr. Ich hab sechs Smaragde. Obwohl das Holz, das brauch ich jetzt gerade gar nicht. Deswegen zack. Kloppt nen Baum ab, ey. Hast auch Holz. Ja, aber ich hab keinen Inventarplatz mehr wirklich. Aber was jetzt nervig ist, diese Enderman Mist hier. Überall sehe ich Bäume, wo Blöcke fehlen. Mhm. Ist das... Ach ja, das war ja irgendwie so, ne? Ja, das hätten wir auch mal weglassen können, halt. Gesetzte Blöcke machen sie nicht weg, aber nur Blöcke, die noch hier in der Umgebung sind. Mhm. So, jetzt heißt das wieder hier raus. Hab ich denn eine Trunkelhead grad, ja, ne? Wie bist du da rausgekommen, Kuh? Hallo, gehst du da mal wieder rein? Hallo. Autsch. Geh da rein. Geh da rein. Geh da rein. Danke. Ich bin hier runtergefallen, toll. Aha. Ach, es ist dunkel grad draußen, dann kann ich auch kurz schlafen. Fleisch. Fleisch in den Ofen. Ich geh hier unten in der Kugel schlafen, wo die vor... ...Kuhn stehen. So, jetzt mach ich erstmal hier... Boah, ich muss auf jeden Fall zurück, weil ich hab keinen Platz mehr. Zack. So. So. Jetzt mach ich mir erstmal eine Karte, weil ich... ...zufall würde immer alles jetzt suchen. So, dann gehen wir hier auch mal wieder nach oben. Danke. Jetzt hab ich schon mal eine Karte, ey. Yay. Und? Ich geh noch ohne Schlafen, hab ich wenigstens Spawnpunkt. Fuck, wo war denn das? Lütscher doch. Das weiß ich nicht. Ach da. So, jetzt hab ich doch noch Knochen, genau. Ich muss den Typen mit den Melonen finden. Ja, den muss ich gleich auch finden, ey. Oh. Pfff. Weil ich brauch mir nicht mehr Logen, sag. Dann hab ich das... Warum... Ist das jetzt so mit der Map, wenn du jetzt einmal drauf fliegst, dass da nen ganzen Chunk lädt? Häu. 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 Wenn ich noch mal einen Smart holen kann. Schlag mal. So, jetzt mal hier noch ein bisschen Weizen abkloppen. Na, ihr Pisser. Na. Pfeile. Und das? Was hast du denn da? Hinder Augen. Hiergeblieben. Eie. Bleib doch mal stehen. Sei doch nett zu den Männchen. Die sind nervig, weißt du das. Tür auf, Tür zu, Tür auf, Tür zu. Tür auf, Tür zu. Ja. 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 Jawohl, das schaff ich jetzt. Ich kill euch gleich. Ich bin sicher. Und Karotten pflanze ich auch noch mit an. Hä. Hä. Wir nehmen uns zwei. Wir nehmen noch Erde mit. Wir nehmen zwei. Eisen mit. Dann mach ich mir ne schöne. Eisenfeldhacke. Mein Gott ey. Eisenfeldhacke. Erde ins Inventar. Ihr hässlichen Mistviecher. Was kannst du nicht so sagen? Warum sind die auch alle in einer Hütte drin? Weil darum. Weil darum. Ach da ist er ja. Ein MMA gegen fünf. Melon. Gegen fünf gecheatete. So. Zack. Und. Melonsamen. Cheater. Leck mich. Ähm. Melonsamen. Melonsamen. Und Vollgeld. Ja. Warte ab. Die hab ich gleich auch. Jetzt will ich mal noch ein paar Kartosch. So. Biss ich ja echt. Kipp mir auf den Zack. Ich hab ja. Hier komm. Ihr habt ja eh keine Bücherregale irgendwo stehen. Ach nein? Ist noch keiner gefunden? Nein. Oh. Hier ist auch keine Schmiede. So. Eine Kartoschke anpflanzen und noch paar Möhren hier. Hauptsächlich von Nahrung. Hauptsächlich. Nein. Nicht aufs Feldlatschen. Das sei eh nix. Okay. Okay. Weizen muss ich mitnehmen. Zum Tauscheln. Wenn ich hier erstmal lang komme. Zurück. Steaks, die ich mitnehme zum Essen. Die braucht kein Mensch. Die brauche ich für Hühner höchstens. Die kann ich auch mitnehmen. Die Hörne. Ich friss heute Hörne. Gehirne. 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 Ich muss. A.A. A.A. Minus. A.A. Musst du. Ach. Minus ist da lang. Ok. Also da muss ich plus 286. Warte aber passt. Das sollte ich noch heiße. Das könnte hinkommen. 1, 2, ja, das passt. Du hast eine Weile Wisch? Ich doch nicht Nein Nein So, erstmal ein größeres Gehege machen, da können die uns in Tiere gleich alle rein Nein, Coo, du bleibst hier drinnen in dem Gehen Kannst du Wayne? Wayne interessiert jetzt? Ja Ja, den kenn ich Cool Finde ich schön Und ich muss gleich wieder Kohle suchen, ich habe alles für in Fackeln investiert, jetzt geht man hier alle weg Und muss schon wieder fressen Kommt mal ab, geht mal alle weg hier vom Zaun, das ist meine Tür, da darf nur ich durch Achja, und da ist eine Wüste Autsch So, ich schalte das Ding jetzt gleich um, wenn ich die nächste Karte betrete, oder was? Aber heftig, drei Wüstenfestungen Zwei in einer Wüste und ein in der anderen Wüste Cheater Cheater, was? Jaja Guck mal, ja auch Der mag mich nicht Ne, mag ich ja auch nicht Ja Versuche jetzt noch einen anderen Smart zu kriegen Aber du hast die Regeln noch neben dir Guck mal eben, was steht da ganz genau Da steht nur tauschen meine ich Ja, er tausche ein Emerald Ja Mit einem Villager Ja Ja, da musst du den noch beeilen, verdammt Ja Da musst du dich beeilen, dann mach ich die goldenen Mist noch, die goldene Apfel und die goldene Möhre Möhre? Möhre 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 Warte mal, das andere Villagerdorf war irgendwo da hinten Oh, ich seh Kohle in der Wand Die brauchen meine gierigen Augen als erstes Acht Minuten Ja Geht schnell vorbei, ey Ich schaff das auf jeden Fall nicht zurück, wahrscheinlich Oh, hab ich mein Schwert nicht mitgenommen, ich glaub's nicht Brenn, burn Zombie, burn, burn Ich bin so verdammt weit gelaufen, das geht gar nicht Ey, ich glaub grad ein Zombie Oh, ich glaub, nein, ey, das ist nicht, wie viele Zombies kommen da jetzt raus? Geht alle brennen Nein, brenn doch Ach, Kühe Ich würd grad an dir vorbeilaufen Nein, nicht mich anbrennen, nicht mich anbrennen Geht ihr doch noch brennen Könnt ich nicht einfach mal Schaden nehmen und sterben? Hallo? Schade, ich hab kein Feuerzeug dabei, sonst würd ich die anfackeln Hätt ich schon Hätt ich schon Gebratenes Wintersteak dabei Ui Kohle, 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 Level 19 Das war knapp Level 19 Du hast ne Höhle Ja, sehe ich grad bei mir auch Ich hab auch kein Schwert mit, ich weiß gar nicht, wo ich die reingeschmissen hab, glaub ich Aber die hab ich einfach in die Uhr reingeschmissen Nee, ich geh da gar nicht erst rein Hast du Angst, oder was? Ich hab keinen Winterplatz mehr Achso Frei Na, hier ist auch nix mehr los Ich versuche eben noch eins schnell zum Dorf zu latschen Ach, kein mehr da Minus 278 Ach, da brennt das cool Da ist schon mal Licht, immer dem Licht folgen Mh 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 Ich reite, hehehe Ich hab'n Pferd Ein Emerald, ein Barot, boah seid ihr schnell Könnt ihr nicht einfach mal in Ruhe bleiben hier? Weißt du wie geil das ein Pferd ist? Weil du so verdammt schnell unterwegs bist Naja, aber die nerven Ich hab' mir nicht eins Du bist... Ja, ich bin ein Cheater, ich weiß Du bist nett Hm, hm Ja, ist klar Du bist im Wasser Und das Pferd Schmeißt dich ab Boah, wo ist der Typ mit der Melone? Der ist doch bestimmt im anderen Dorf gestorben, ey Man darf nicht mit dem Pferd ins Wasser, das ist doch kacke Ist doch richtig so Guten Tag die Herren Nein, ist es nicht Ach du willst Wolle haben, okay Und eine wollte Gold haben Hm Hm Nein, nicht erlaufen Komm her Komm her Der Typ mit dem Melone ist gestorben, nein Ach komm, das ist doch nicht wahr Der ist im anderen Dorf gestorben Komm, komm 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 her Ach, Menno Egal, ich versuche noch ein bisschen weiter zu laufen Komm her, das lohnt sich gar nicht mehr, ich laufe jetzt noch nach Hause Weil... Ich werde einen Block platzieren Kürbisse Nice So, die Kürbisse habe ich schon mal, aber noch nicht abhaken Ach so, ich kann ja mit dem Berg hoch springen Noch nicht abhaken, ne Oh Fast schon wieder zu Ende Hey Ich muss ganz kurz schlafen gehen Gute Nacht Gute Nacht Oh, hier geblieben, du dummes Pferd Hast du noch nie angeleint? Ach ne, du hast nichts Kein Schlimme-Bowl Hallo, könnt ihr mal irgendwie hier Eier droppen hier oder ist das weggegangen? Hey, wo ist das Pferd? Weißt du da was von? Hä? Was denn? Was ist mein Pferd? Weiß ich nicht, weg Hoffentlich Joa, direkt da unten im Wasser geland Willst du mich verarschen? Ja, jetzt geh unter Pferd, geh unter Aber wenn du drauf sitzt, geht's nur unter, sonst kann das schwimmen Ja, ich weiß